Jetzt wieder Piccadill, ich hab eben extra gedodged, diese Guck mal, der mit dem Bart. Alter. Das sieht nur mit Ray Tracing dann gut aus. Wait a minute. We're wasting our time with this bullshit. Yeah, man. Die stehen ganz hinten hinter der Mauer und warten einfach, dass man anglaufen kommt. Are they choking? Are you choking? What is your name? Shrimp? Schirrump, sorry. I am joking, my friend. Hello, man. Oh Gott, jetzt ist einer hinter mir. Weg ist er. Du bist schon mal an allen Campern vorbeigelaufen. Ja, wirklich. Ah, er legt sich hin, ey. Ist aber auch zum Kotzen. Weißt du, die erste Reaktion, die manche haben, ich leg mich immer auf den Boden, wenn einer schießt. Er ist eingesummt, nonstop, die kompletten fünf Sekunden eingesummt und eben den Punkt hat und ich gerade um die Ecke gelaufen. Ich glaube, das Spiel wird erst wieder Spaß machen, wenn einfach irgendjemand hinter jedem Spieler steht und die haben ein Messer an der Kehle, so ein bisschen angedrückt. Sobald die anfangen zu campen, kriegen sie einfach die Halsschmerzade durchzuschwingen. Ich glaube, wenn jeder mal so spielen will, dann wird es wieder Spaß machen. Du hättest es eben sehen müssen, das soll gepasst. Ich komme eine Leiter hoch und da kniet einer. Da bin ich nicht. Es hockt wieder einer an der Ecke. Ich brech zusammen. Rage Tracing? Er kommt von... Oh, ey, diese Schleicher. Könnt ihr nicht einfach rennen? Es ist noch einer hier drin, der einfach am Campen ist. Widerliches Kind. Diesen Kill werde ich jetzt genau analysieren. Und zwar hat er... Sie werden das nicht glauben. Gekampt. Boah, Alter, Bettelpaßstufe. Oh, Bettelmeier. Alter, der eine hat bei mir so wenig textuell im Gesicht. So ein Joghurt-Gesicht. Hello, give me Pudding. Er hat den einen doppelt geneift angeblich. Guck mal, im Killfeed. Alter, das ist scheinbar jemand, der halt mit Waffen nicht großartig kann, wisch. Klar, da musst du ja mal Messer nehmen, du. Aber das ist Ray Tracing. Ich sagte, das ballert rein, du. Das ist krank, Alter. So, als wenn ich drin im Spiel wäre, weißt du? Oh, Gott! Der macht da einfach eine Claimer-Höhne, ist der dumm? Also ich mach das Ray Tracing direkt wieder aus, irgendwie ist das nix. Ich rausch direkt mehr FPS, Alter. Oh, hi, Mark. Und zehn Minuten später setzt man sein Testament auf und verabschiedet sich von den Kindern. Was ein Campen, das... ...eine... Totenstille ist aktiviert, geil. Ach, feindliche Drohne wieder. Nee, nee, nee. Tobi! Oh, nö. Ja, komm, Kudari, Alter. So ein ekliges Schwein. Er hockt einfach mit der B90 an der Pflanze und knabbert wie so ein Haas. Ein Veganer, in Call of Duty. I have another sad Camille. Drop it like it's hard, David. Im Haus ist einer, weil es mit einem Schild. Einfach so ein Kind, das anfängt zu kreischen und sich in die Hose scheißen und sein Schild vor die Hand hält. Later, Alter, later. Surprise, motherfucker! Oh, Gott. So, bitch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, ich hab echt überlebt. Wow! Oh, ich hab grad so einen krassen Lauf. Marschplan initialisiert. Arschplakette jetzt. Arschplakette, Alter. Later! Oh, ho, ho. Was sollst du einen mit dem Hacken? Ich hau' mal raus. Easy, Alter. Königstöte, weggenähtet. Ich wusste es doch, der kann nix. Oh, hinter mir. Nee, ey, wenn der da gekämpft hat, dann brech ich aber wirklich. Was der auf dem Programm hat, das weiß. Papi Harlow. Krieg, Florian. Danke. Danke, Florian. Oh, Mann, nö. War da ein sogenannter Camperich? Da war ein Camperich mit einem Raketenwerfer. Es läuft alles einfach wie am Schnürchen. Bin ich geflogen. Wo ist der Marschler? Alter, Marschler? Mamo, ich sehe das. Wenn man den Raketenwerfer auspackt, dann ist es im Leben etwas schiefgelaufen. Schwerlingo, ich geh vor. Das ist oben, am Window. Einer weckt das. Einer weckt. Ich hoffe, ich füge den Nate rein. Ja, aber der ist weg oben. Alter, wenn jetzt wieder Piccadilly kommt, ich schwöre, ich brech ins Essen. Und wer ist Ultrasweet? Mit meinem Powerpott im Hintern geh ich richtig ab. Ich bereise die Welt mit Gameboy und Laptop in meinem Jute-Sack. Stromkabel brauch ich nicht. Sie hab ich verschlissen. Ich hab mein Powerpott. Look at me, ich hab pink. Oi. Bis zum nächsten Mal.